weiter geht's mit let's play an und 20 70 wird wieder reinkommen und wir fallen gleich wieder in den mit dem hier 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 und so weiter was kennen wir ja schon das kennen wir schon und dann kommt hier eine pasta produktion hin der pasta produktion die sich gewaschen hat weizen 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 und das selber auf der anderen seite auch noch mal und die hier macht hier so jetzt haben wir auch keine probleme mehr mit der pasta produktion haben noch ein dann kommt die beiden schütteln abgeschlossen wieder runter sehr schön konstruktion sehr schön sehr schön wieder hoch wie sieht sie mit ein bisschen und hier generator generator registriere verschlechterung der ökobilan keine sorge das passt schon das dauert noch ein augenblick das dauert auch noch aber ich glaube das dauert nicht so lange dauert 17 minuten und dass sie dauert noch 16 minuten doch und dann bauen wir hier die dinge sind hier haben wir wächter und kraftwerk hier haben wir weder noch weil kein strom zur verfügung und dann kommt als nächstes hier hin ja ist okay ähm haben wir hier nicht modul entwicklung abgeschlossen ja ist okay kann ich mich gleich drüber verschlechterung im gesundheitszustand der bevölkerung registrieren das ist eine katastrophe seit ich hier bin ist mein IQ um 12 punkte gesunken ich habe den gerade nicht zugehört was war das ich kann hier nicht bauen ich habe keine bauzellen die hier noch gar nichts an bord dann mal nach unten ja komm hier hin so und jetzt wie folgt ein paar dauts 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 ja ich weiß finde ich gut wenn ich mal gerade gut und gar nicht abschalten achtung produktionsstillstand die plantage haben die zu viel tee ja die haben zu viel tee ja hier ist es auch sowieso wenn wir alle an einem strang ziehen erschaffen wir hier etwas richtig großes es wird langsam aber es wird wir kommen dazu wenn meine beiden bautfellenboote schiffe ich weiß dann kann ich mir hier weiter filteranlage 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 noch machen ja das ding und brauchen wir auf irgendeinem das hier ist alles grün hier ist alles grün da ist alles grün da ist nichts grün aber dafür verwende ich auch nichts hier genauso wenig und hier brauche ich nur kohle ab und kohle ist ja noch mehr als genug ökobilanz werte fallen ich habe den forschungspreis der akademie gewonnen da aber trotzdem schön so aber nun kommt sie zu ich will mein ich will mein konstruiert mein hydroelektrisches kraftwerk haben der bevölkerung stabilisiert okay die bilanz muss halt prototyp entwicklung abgeschlossen hier sind doch eigentlich gut dann werde ich hier nämlich mal auf gelb stellen ist da jetzt nicht viel was es bringt aber es bringt etwas ja kaum einer noch schön zack was mit denen hier die leben in saus und aus aber sind trotzdem nicht voll wieso nicht werdet voll hm wieso kommen da keine neuen hinzu produktion gestoppt 30 ich habe den forschungspreis der akademie gewonnen nicht überraschend aber trotzdem schön keine information aber das sollte ja eigentlich nichts machen ach jetzt sind das hier gelb hm äh soll ich jetzt echt information dahin schaffen äh text ja info hive tatsache muss ich ja doch noch die beiden da abbauen oder ich baue hier ja ich müsste hier eigentlich irgendwo hier so hin ich könnte tage in meinem labor verbringen aber ein fenster wäre trotzdem nicht schlecht so jetzt kriegen die hier auch und dann werden die da auch noch voll und dann kriegen die auch und machen die auch noch geld so jetzt kommt eigentlich über 400 leute noch hinzu so rein damit der dauert auch noch ein bisschen und dann gucken wir hier mal das ist das ja eigentlich weltweit oder global ja ecoingenieure ecoangestellte joa und das wird bald sogar zu ecoexekutiv allerdings nach einem anderen hier und siehst dann hier aus eigentlich post auf module fertig Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, Helios, ja, ist okay. Und hier nenne ich noch der Rest hinzu. Perfekt Hydroelektrisches Kraftwerk ist fertig. Das baue ich dann mal auch sofort. Hydro. Und wo ist das Wächter? Dann brauchen wir zuerst das Ding. Da haben wir ganz viel Energie. Und jetzt brauchen wir den Wächter. Äh, hierhin... Na, hier irgendwo... Ja, hier. Guck mal her. So. Parabolrinnentechnik. Ah, das ist für Solarkraftwerk. Energieerzeugend. Parabolrinn. Solarkraftwerk. Äh, nein, tut mir leid. Schmerzlicher Rückschlag. Sehr schmerzlich. Energieerzeugend. Geht gleich weiter. Hier genauso Energieerzeugend. Geht direkt weiter. Und die hier können wieder nach unten düsen. Ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts drin. So, wie sieht's bei denen hier aus? Wollen wir mal probieren? Im Moment sieht's hier eigentlich ganz gut aus. 31 Tonnen. Ich beobachte das mal kurz hier rüber. Waren Items. Sore 3. Beobachten wir das nochmal. Wird's mehr oder wird's weniger? Es wäre natürlich gut, wenn's mehr wird. Es wäre natürlich gut, wenn's mehr wird. Also Bio-Drinks wird mehr. Und passt da glaube ich auch. Oh. Ich weiß halt nicht, wenn das mehr Leute essen. Weil die dann ja aufgestiegen sind. Ich muss weiter. Bis irgendwann. Ok. 5.000 minus. Ich kann hier draufklicken. Behalten wir das mal im Auge. Hier ist es. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Minus 225 ist okay. Minus 1.800. Minus 1.600. Und in etwa ausgeglichen hier. Achtung. Produktionsstillstand. Modul fertiggestellt. So Schande, okay. Modulentwicklung abgeschlossen. ok. Okay. So. 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 Und so. Und die zirule und damit nochmal weiter gehen. Na gut. Na, gut. Na gut. Und Nun ist kein Interme anlam. Und die hier haben alles, 40 Tonnen, 43 Tonnen, doch ich glaube es wird mehr, langsam, aber es wird mehr. Dann sagen wir mal, die können grün werden, dann mache ich erstmal hoffenweise Minus, aber nee, 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 nee. Dann mache ich immer noch Minus, hm, hä? Kann ich irgendwas verkaufen? So was, dann verkaufe ich mal alles. Hightech-Waffen. Ach, der Trendspot ist nicht da. Was denn? Nicht einfach, die läuft! Ähm, mm, mm, mm. Ja, dann Absolutor, Strindberg. Der kauft solche Waffen ganz gern. Allgemein Uran, schwere Waffen, Hightech-Waffen etc. pp. Der kauft das ganz gern. Dann, das können wir noch verkaufen. Glas. Munition, Eisen. Eisen. Glas. Habt ihr, der hier? Ähm, das kann ich noch verkaufen. Holz. Bio-Kosten einlegen auch. Habt ihr, der Tobi? Bartok. Eisen, er hat vielleicht auch mehr als genug. Das kann ich auch zu dem Tor bringen. Und... Glas. Munition, Holz. Tun wir mal auf zu der Tobi. Und erst noch ein bisschen mehr Polster haben. Der Vorstand ist Sie an Ihrem Vorankommen interessiert. 25.000 schwere Waffen bringen ja noch mehr. Schwere Waffen bringen näher als Hightech-Waffen? Ui. Spies sind... Habt ihr alles? Sie benötigen etwas? Naja. Das ist eigentlich ein unwürdiger Preis, aber... Geht's noch? Meine Sorge, ich handel ja auch mit dir. Sehr fortschrittlich gedacht. Suchst du was Bestimmtes? Mit Leuten wie wir kann man echt was anfangen. Chill, dich zu sehen. Und Bio-Kost. Auch so billig. Kannst du nix gut verkaufen. Wir sind uns also einig. Carbon kann ich gut verkaufen, das weiß ich noch. Bring wieder mal ein Schiff hier hoch. Wenn dat Ding bricht, der macht das erstmal wusch. Und alles ist weg. So, ich möchte mir weiter anschauen, wie sieht's aus mit hier. Es wird langsam, mehr langsam, sehr, sehr langsam. Dann macht mir so ein bisschen Sorgen, dass selbstorganisierter mechanischer Assistent und einen Flincher-Anion-Katalysator, hey. Damit kann ich jetzt noch so'n Hydro-Kracht-Reform, oder? Öl-Energie erzeugen, Hydro-Energie erzeugen, Hydro-Energie erzeugen, Hydro-Energie erzeugen, Hydro-Energie erzeugen. Jo, ich brauche nur Wartungsarbeiten. Die kann ich hier herstellen, hier. Wartungsarbeiten, Wartungseinheit. Boah, ich habe überall, wo noch möglich ist, erstmal so die Kraftwerke hier. Weil die bringen echt nicht schnell, die sind nicht gut. Warnung, Produktion gestoppt. Und Autosave, die erste von vier. Diesmal hätte ich nur eine Stundenaufgabe. Und nachher noch weg muss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.